Hallo, Markus und Kevin, ihr seid hier bei... ...Spielen und Programmieren. Wenn der Besitzer immer in die nähere Spiele kommt, gehen sie auch einmal nicht. Könnt ihr ein bisschen was erzählen, was ihr hier so macht die ganze Zeit? Also, es ist gut für Leute, die gerne andere Leute verarschen. Wenn man was geht, dann ist es extrem gut. Nehmt einfach die Mauskugel weg, ja? Gleich am ersten Tag am besten und hinten rein in den Kragen. Das funktioniert immer. Oder in die Hosenasche. Darüber regt es sich auch aus. Du könntest das bei Markus vorführen. Achso, nein, das mache ich nicht, weil wir sind ja sehr sozial, ja. Die anderen... Hallo. Mauskugel. Bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich senden will. Aber nein, das ist nicht zu fett. Die Uhr an, die Werbung. Computer geht so dumm um. Okay, lassen wir das. Let's... A- apenas. Geist. A- A- A-